Wir machen jetzt mal ein kleines Quiz. Was haben die Schweiz, Neuseeland und Deutschland gemeinsam? Ein kleiner Tipp, was wir suchen, ist mehr als 2500 Jahre alt. Und fast die Hälfte der Weltbevölkerung lebt darin. Aber weltweit verschlechtert sich ihr Zustand. Einige machen sich sogar große Sorgen um sie. Und seid ihr schon drauf gekommen? Ja, wir sprechen in diesem Video über die Demokratie. Jetzt denkt ihr vielleicht, Demokratie, naja, das heißt halt, dass es Wahlen gibt. So einfach ist das nicht. Klar, ohne Wahlen keine Demokratie. Aber wo es Wahlen gibt, muss noch längst keine Demokratie sein. Laut einer Studie leben zwar 46% der Menschen auf der Welt in einer Form der Demokratie. Allerdings nur 8% in einer vollständigen Demokratie. Was macht eine Demokratie also wirklich aus? Kann man Demokratie auch falsch machen? Und gibt es das überhaupt, die Demokratie? Das klären wir jetzt in diesem Video. Und zwar anhand einer Demokratie-Checkliste. Das Wort Demokratie kommt aus dem Griechischen und heißt Herrschaft des Volkes. Die Macht geht also nicht etwa von einem König, einer kleinen Gruppe, Superreichen oder Adligen oder vom Militär aus, sondern von uns allen. Vom Volk. Man nennt das auch Volkssouveränität. Das ist auch direkt der erste Punkt unserer Demokratie-Checkliste, können wir also einen Haken dahinter machen. Aber wie kann ein ganzes Volk überhaupt die Macht innehaben? Wir können zum Beispiel in Deutschland etwa knapp 83 Millionen Menschen Herrschaft ausüben. Wie findet man raus, was die alle wollen? Stellt euch vor, das Volk wäre eure Schulklasse. Jetzt muss die Klasse entscheiden, wo die Abschlussfahrt hingeht. Berlin oder Erfurt. Wie würdet ihr das angehen? Wahrscheinlich macht ihr eine Abstimmung. Jede Schülerin und jeder Schüler hat eine Stimme. Die Stadt mit den meisten Stimmen gewinnt. Ihr könntet aber auch Vertretungen, zum Beispiel eure Klassensprecherinnen und Klassensprecher damit beauftragen, sich sorgfältig mit den Vorzügen der beiden Städte zu beschäftigen und dann die Entscheidung stellvertretend für die Klasse zu treffen. Bei der Abstimmung habt ihr direkt Einfluss auf die Entscheidung genommen. Für die Version mit den Klassensprechern habt ihr eure Macht, wenn man das so will, auf andere übertragen. Ihr wart also indirekt bei der Entscheidung mit am Start. Und genau so funktioniert das auch in demokratischen Staaten. In Form von Volksentscheiden und Volksbegehren etwa, stimmen Bürgerinnen und Bürger direkt über politische Fragen ab. Dazu später noch mehr. Wählen sie Vertretungen, zum Beispiel Abgeordnete, die stellvertretend in einem Parlament über politische Sachverhalte abstimmen, dann spricht man von einer indirekten oder repräsentativen Demokratie. Also, nochmal kurz. In einer Demokratie wird die Macht vom Volk ausgeübt. Durch Abstimmungen und oder Wahlen. Direkt oder indirekt. Damit die Wahlen auch wirklich den freien Willen des Volkes widerspiegeln, müssen sie frei und fair sein. Niemand darf gezwungen werden, etwas Bestimmtes zu wählen und jede Stimme muss gleich viel wert sein. Egal ob arm oder reich. Ob Mann oder Frau. In einer funktionierenden Demokratie müssen Wahlen regelmäßig stattfinden. Damit es möglich ist, eine Regierung auch wieder loszuwerden, damit die also nicht ewig im Amt sind. Auch, dass Bürgerinnen und Bürger bei der Wahl eine echte Auswahl zwischen verschiedenen Parteien mit unterschiedlichen Ideen und Programmen haben, macht sie demokratisch. Das muss allerdings nicht immer so sein. In der DDR etwa konnten die Wählerinnen und Wähler damals nicht zwischen verschiedenen Kandidaten wählen. Das Ergebnis stand sozusagen schon vorher fest. Ein Regierungswechsel war keine Option. Es zeigt, Wahlen allein machen noch keine Demokratie aus. In einer echten Demokratie muss eine Wahl ganz bestimmte demokratische Prinzipien befolgen. Und es zeigt auch, nur weil Demokratie draufsteht, muss doch lange keine Demokratie drin sein. Dass ihr das Recht habt zu wählen, steht übrigens auch im Grundgesetz, also in unserer Verfassung. Was uns zum nächsten Punkt auf unserer Checkliste bringt, nämlich der Rechtsstaatlichkeit. Denn daran und an alle anderen geltenden Gesetze müssen sich die gewählten Vertretungen in einer Demokratie halten. Sie können nicht einfach machen, was sie wollen. Ganz im Gegenteil. Der Staat muss in einer Demokratie dafür sorgen, dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger, die für alle gleich sind, verbindlich eingehalten und verbindlich geschützt werden. Das nennt man dann eben Rechtsstaatlichkeit. Das verhindert Willkür, also dass man zum Beispiel ohne Begründung festgenommen und bestraft wird und sich nicht verteidigen darf. Genau so etwas geht in einem Rechtsstaat überhaupt nicht. Eine echte Demokratie muss immer ein Rechtsstaat sein, bei dem es klare Regeln gibt, an die sich alle, also Staat und Bevölkerung, halten müssen. Zu verhindern, dass ein Staat seine Macht unkontrolliert einsetzen kann, gehört auch zu einer Demokratie und deshalb auf unsere Demokratie-Checkliste. In einer Demokratie wird die Macht des Staates, die Staatsgewalt, aufgeteilt. Ein Staat macht ja zum Beispiel nicht nur Gesetze, sondern kümmert sich auch um die Ausführung, also setzt die Gesetze um und kontrolliert, dass sie richtig eingehalten werden. Um zu verhindern, dass dabei jemand zu viel Macht hat oder diese Macht missbraucht wird, sind die Bereiche Gesetzgebung, also Legislative, Ausführung, die Exekutive und Rechtsprechung, Judikative, in Deutschland zum Beispiel voneinander getrennt. Das heißt, eine Berufspolitikerin, die ein Gesetz verabschiedet hat, kann nicht gleichzeitig Polizistin sein und gucken, dass das auch eingehalten wird und noch als Richterin darüber entscheiden, ob jemand das Gesetz gebrochen hat. Die Trennung der Macht in unabhängige Bereiche sorgt auch dafür, dass sich die Gewalten gegenseitig kontrollieren. Im Englischen spricht man von Checks and Balances. Und wo wir gerade über Kontrolle sprechen, in einer funktionierenden Demokratie gibt es auch noch eine vierte Macht, die Medien. Sie schauen zum Beispiel auf das, was Politikerinnen und Politiker machen und zeigen auch auf, wenn etwas schiefläuft. Sie halten das Volk auf dem Laufenden, was ihre Stellvertretungen überhaupt so machen, welche Gesetze sie beschließen und bewerten ihre Arbeit. So können sich alle eine Meinung bilden. Das geht aber nur, wenn die Medien unabhängig und frei sind, also nicht zum Beispiel von einer Regierung gezwungen werden, etwas Bestimmtes zu berichten. In einer Demokratie muss es Pressefreiheit geben. Und ganz zum Schluss auf unserer Checkliste Pluralismus. Ganz zentral für eine Demokratie ist, dass es unterschiedliche Ansichten, Meinungen, Religionen, Lebensstile geben darf. Mit Pluralismus ist gemeint, dass es verschiedene Interessengruppen geben kann, die sich auch gegenseitig battlen, also miteinander konkurrieren dürfen. Es kann also in einer Demokratie nicht sein, dass nur eine einzige Weltanschauung, Religion oder Meinung existiert und das dann allen aufgezwungen wird. In einer Demokratie gibt es Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung und Vielfalt. Ohne Meinungsfreiheit keine Demokratie. Okay, ich gebe zu, das sind ganz schön viele Merkmale, die eine Demokratie erfüllen muss. Das heißt aber nicht, dass Demokratie in jedem demokratischen Land genau gleich aussieht. Schauen wir uns das mal kurz an. In Deutschland haben wir eine parlamentarische Demokratie. Das bedeutet, das Volk überträgt seine Macht für eine bestimmte Zeit den Parlamenten, im Bundestag und in den Landtagen. Die Parlamente haben eine zentrale Rolle im politischen System. Nur sie sind direkt vom Volk gewählt. Das Staatsoberhaupt, der Bundespräsident und der Regierungschef, der Bundeskanzler, sind voneinander getrennt. In einer präsidialen Demokratie ist das eine Person, der Präsident. So funktioniert das in Frankreich und den USA zum Beispiel. Präsident und das Parlament werden vom Volk gewählt. Beide Formen haben gemeinsam, dass sie repräsentativ sind. Das Volk also vertreten wird. In unserem Nachbarland Schweiz gibt es dagegen viel mehr direkte Demokratie. Die Bürgerinnen und Bürger haben viele Möglichkeiten, in die Gesetzgebung einzugreifen. Das Schweizer Volk stimmt regelmäßig über Sachfragen ab. Etwa viermal im Jahr können die Menschen dort zu etwa 15 Sachfragen ihre Stimme abgeben. Und sie können auch selbst solche Fragen zur Abstimmung einbringen. Die Schweiz ist aber keine reine direkte Demokratie. Das würde wahrscheinlich so nicht funktionieren, denn auch die Schweizerinnen und Schweizer wählen ein Parlament. Übrigens, auch in Deutschland gibt es direkt demokratische Möglichkeiten. Zum Beispiel kann es in Bundesländern und Gemeinden Volksbegehren, Volksentscheide oder Bürgerentscheide geben. Ob eine Demokratie mehr auf direkte Beteiligung oder mehr auf repräsentative Institutionen setzt, ist aber, ihr ahnt es, bei weitem nicht der einzige Unterschied. Es gibt Demokratien mit zwei Parteien-Systemen, wie die USA oder ganz vielen politischen Parteien. Es kann unterschiedlichste Wahl- und Regierungssysteme in Demokratien geben. Es gibt Demokratien, die föderal geordnet sind, wie Deutschland oder eher zentraler organisiert sind, wie Frankreich. Auch die Vorstellungen, wie viel sich ein Staat in einer Demokratie einmischen soll, können extrem unterschiedlich sein. Manche legen mehr Wert auf persönliche und wirtschaftliche Freiheit und wollen, dass der Staat möglichst wenig reguliert. Anderen ist es wichtig, dass der Staat mit starken Sozialleistungen zum Beispiel gegen soziale Ungleichheiten ankämpft. So, und jetzt haltet euch fest, es gibt sogar Demokratien mit Königen. Neuseeland ist zum Beispiel eine parlamentarisch-demokratische Monarchie. Das bedeutet, dass der Monarch oder die Monarchin, aka der König oder die Königin, vor allem repräsentative Aufgaben hat und eine nur sehr eingeschränkte politische Rolle ausübt. Die Macht liegt bei den demokratisch gewählten Parlamenten und Regierungen. Und dann gibt es da auch noch Demokratien, die nicht richtig funktionieren. Bei denen also wichtige demokratische Prinzipien nicht eingehalten werden. Zum Beispiel, wenn Wahlen nicht fair ablaufen, die Pressefreiheit eingeschränkt wird, Bürgerrechte verletzt werden. Dabei muss es nicht zwingend sein, dass das demokratische System in einem Land von Anfang an defekt war. Demokratische Staatsformen können sich auch verändern und demokratische Institutionen abgebaut werden. Das passiert auch immer wieder. Experten sagen, dass sich die Lage der Demokratien aktuell weltweit verschlechtert hat. Laut dem Demokratieindex 2023, der Economist Intelligence Unit, lebt zum Beispiel zwar fast die Hälfte der Weltbevölkerung in einer Form der Demokratie, weniger als 10 Prozent aber in einer vollständigen. Deutschland ist auf Platz 12 des Rankings gelandet, das von Norwegen, Neuseeland und Island angeführt wird. Untersucht werden da zum Beispiel Wahlverhalten und Pluralismus oder bürgerliche Freiheiten. Da erinnert ihr euch wahrscheinlich noch an die Checkliste. Es gibt also gar nicht die eine Demokratie. Demokratien gibt es in verschiedenen Formen und Ausprägungen und in verschiedenen Qualitäten. Fassen wir zum Schluss nochmal zusammen. Demokratie bedeutet, dass die Herrschaft vom Volk ausgeht. Es gibt verschiedene Merkmale bzw. notwendige Bausteine, die zwingend zu einer Demokratie gehören. Volkssouveränität, freie und faire Wahlen, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, freie Medien, Pluralismus. Das ist die Theorie. Wie das demokratische System dann aber in den einzelnen Ländern aussieht, das kann sehr unterschiedlich sein. Wenn ihr wissen wollt, welche demokratischen Formen uns in unserem Alltag begegnen, dann schaut euch gerne unser Erklärvideo zu diesem Thema an. Findet ihr oben auf dem i verlinkt. Die Frage ist, was bedeutet es denn für euch in einer Demokratie zu leben? Woran merkt ihr das? Fühlt ihr euch überhaupt demokratisch? Und macht ihr euch Sorgen um die Zukunft der Demokratie? Schreibt es gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.